Das arme Ding, naja... Aber es ist ja anscheinend auch kein Kinderspiel. Von daher... Was kommt da denn raus? Ja, die hat nur noch ein paar Fliegen. Das muss loslassen. So, jetzt die Kiste hier entschieben. Schauen wir uns hier schon hoch. Aber gut, der Knopf da unten muss ja auch irgendeine Bedeutung haben. So, was haben wir hier? Was verschicken oder so? Kommen wir da rüber? Ja? Ja, komm mal. Ach, wir müssen uns wahrscheinlich die ganz so richtig... ...kraxeln hier. So, das können wir schaffen. Das könnten wir vielleicht auch schaffen. So... Äh... Mist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist das... Boah, was? Das ist das Maximale. Soll ich das denn schaffen? So, ich weiß noch nicht was es gut ist, aber mach es einfach mal. Go, 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 go. Wow. Okay, das ist ja logisch, aber warum kann ich nur bis hier? Puh. So, kurz noch mal runter gehen. Vielleicht da hinten noch was übersehen haben. Was mir hier vielleicht was bringen kann. Also den Reifen brauche ich anscheinend um da diese Klappe generell aufzulassen. Da haben wir einen Schalter, wo wir auch nicht rankommen. Da bricht mal die Kiste von oben. Das ist ja eigentlich auch eine Kiste, die große. Ne. Ach, okay. Ach, okay. Also wir brauchen einen Reifen, damit diese Klappe hier links aufgeht. Damit wir die Kiste durchschieben können. Und die Kiste brauchen wir für hinten. Okay. Okay, das wäre geklärt. Jetzt nur die Frage. Wie schaffen wir das hier? Wie kommen wir hier rüber? Wie kommen wir hier rüber? Ich muss irgendwie jetzt schaffen. Während wir den balancieren die Seite zu wechseln, wenn's irgendwie machbar ist. Ah, ja, okay. Ich glaube, ich weiß. Ich hätte es vorher schon machen müssen. So, und zwar jetzt. Komm, komm, komm. Okay, Glück gehabt. Ja, jetzt den Eifel drauf. Nein, ach, ich steppe. So, aber so funktioniert es auf jeden Fall. So, das wir zurück anfassen. So, weiter, 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 weiter. Zack. Okay, ah, zack. Gut, dann kommt der Reifen nach unten zu uns. Und wir können den dann jetzt um diese Wippe legen. Das ist ein Ding gefallen. Da ist er. Okay, ja. Der bleibt da überhaupt nicht liegen. Okay. 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 Gut. Ja, ist doch okay. Ich habe da was ich brauche. So, dann ziehen wir uns die Kiste noch hin zum Hebel. Dann einmal rauf. Na, ja. Dann einmal da rauf. Hebel ziehen. Okay. So. Und jetzt schaffen wir das. Ja. Na, wenn man, ja. Wir hätten es schaffen können. Wenn man sich konzentriert. So, jetzt. Eine Kiste. Ich schiebe die aber schon mal vorsichtig runter. Was, äh, glaube ich nicht so clever war. War das die Kiste? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich fand eine zweite Kiste. Aber es gibt keine zweite Kiste. Gibt es denn hier nicht noch irgendwo eine Was mit der Kiste, die wir hier hingestellt hatten Können wir die nicht mitnehmen? So Wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt So jetzt oder sowas Au, au, aah Fast ein Genickbruch Die sollte jetzt auch drüben ankommen Ist zwar noch so ein bisschen wie auf halb sieben Ah, jetzt Okay, sehr schön Hier ist die Nummer 2 Und dann Hände ich mich wahrscheinlich Ah, ne, reicht schon Kann man nicht drücken Natürlich Stopp, stopp Okay, dann muss man schwingen Ah, wie soll man das jetzt shoppen? So 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 Nein, gebratenes Kind, ach nicht schön, macht es ja am meisten Sinn eigentlich, wenn es in der Mitte ist. So... Entschuldigung, aus Versehen, noch mal nach oben gedrückt. So, mehr geht nicht. Nein! Oh, aus Versehen, schon wieder zweimal nach oben gedrückt. So, kurz mal konzentrieren. Und zack. Schalter drücken. Schalter drücken! Schalter drücken! So, jetzt aber. Jawoll, sehr schön. Aha! Soll ich jetzt bergab springen? Ja, müssen wir. Äh... Okay, können wir hochschieben. Au! Äh... Was passiert hier? Okay, das ganze Ding dreht sich. Krass. Oh, oh. Fällt das gleich runter? Wahrscheinlich. Fällt das hier gleich raus? Was? Ich geh mal lieber weg, ja. Okay, schnell, schnell, schnell! Wow, was ist das denn für ein Spiel? Geil! Äh... Okay, spielen wir es mal kurz hier hin. Was passiert hier? Äh... Okay. Wow, geht. Das fällt doch erst mal an. Das ist irgendwie... Ah, okay. So, dann... Einmal um anfangen. Schnell wieder zurück. Und... In der richtigen Stelle. Ich glaub das sollte reichen. Kann ja mal testen. Ja, reicht. Oh, okay. Puh. Oh, schön wieder Sägeblätter. Wenn ich das sehe. Wenn ich das Säge. Haha. Das ist meine Kiste erst mal. Okay. Mal gucken. Ob das so passiert, wie ich es gern hätte. Äh... Ja, okay. Die Maschine dreht sich auch in Kalbjörn. Ah, das ist eine Stromschiene. Also... Verdammt. Kacke. Ach, okay. Das ist so eine Stromschiene. Dann hängen wir uns erst mal. Hängen wir hier mal eine Runde ab kurz. Warten bis... ...dass hier alles vorbei ist. Oh... Ich glaube aber... Wir müssen doch bis die Kiste immer noch mehr draus. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Ja, ja. Boi. Boi. Jetzt ist es eingerastet. Und wir rutschen hier mal runter. Sieht wieder aus wie so eine Mottenkugel. So, jetzt wird sich die Welt wahrscheinlich wieder drehen. Und gleich kommt diese Kugel da an. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, die Kiste kommt auch noch. Oh. Schnell, schnell, bevor die Kugel kommt. Oh oh. Oh oh. Ich weiß überhaupt gar nicht was ich machen soll. Schubsen hier mal runter. Äh, ja, ja. Oh oh oh. Au. Ah. Das tut weh. Also wir brauchen die Kiste um über diese Kugel zu springen. Schieben, schieben. So. Ah, jetzt mal abfahrten. Obwohl uns die Kiste wieder auf die Wommel fällt. So. Äh. Das macht eigentlich wenig Sinn. Oh, ein bisschen mehr Platz. So, jetzt stoppen. Wann kommt die Kugel? Da kommt sie. Au. What the hell. Soll ich das umgehen? Soll ich eigentlich gleich bei der Kugel bleibe? Komm ich hier noch hoch? Naja. O Acho... Oh oh. Oh... Ja. Oui. Na, pas mal. Ich habe noch mal den Armkorn reingerutscht. An die Kiste komme ich vorher auch nicht ran. So. Ja gut, hier hinten bringt uns das auch nichts. Aua. Was ist denn, wenn wir das... Stopp. Einfach abwarten, bis die Kiste runterfällt. Boah, das ist ja auch fies. Das ist schon mal auch nicht. Wahrscheinlich müssen sie was vorher schon machen. Und mit wir meine ich natürlich wie immer mich. Der Mongo. All right, zur Kiste. Zack, wieder auf die Nuss. So, schnell, schnell, schnell. Komm, 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 komm. Schieb, schieb, junger. Hast du einfach beinahe. So, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Er zu hoch. Okay, und schnell rüber. Oh, oh. Oh, mein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ist das eine Frau? Sieht so aus, na. Jetzt kommt hier wieder so ein Gehirn wo. Kurz vor der Frau. Äh. Aua. Au. Au. War hier irgendwo Licht? Da ist Licht. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht wahrscheinlich das Licht aus. So, das geht noch weiter. Ist wahrscheinlich eine Frau weg oder tot. Ja. Ach, jetzt ist die ganze Welt kaputt. Oh, oh. So, das haben wir. Okay, hell. Oh, oh. Da drücken wir noch mal die Viecher, die uns das Ding wieder vom Gehirn fressen. Äh, vom Gehirn, vom Kopf, natürlich auch nicht mehr. Oh, oh. Ja, das tut uns ja auch nichts, weil wir hier nicht mehr weiterkommen. Lass uns mal nach unten fallen. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. In den Tod. Do the death. Also, hier müssen wir durch. Das ist ja lustig. Und hier kommen wir aber nie im Leben durch. Oh, ja. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh, okay. Ja, fress mir. Fress mir mein Hohm vom Kopf. Nein. Was für nicht. Ich verplanen diesmal, dass der Typ weiterläuft. So, jetzt aber. Vielen Dank. Dann lassen wir uns mal weiterfahren. Okay, da geht's hoch. Sehr schön. So.